So Leute, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Im letzten Part sind Daisy, Fitzroy und Fink getötet worden. Die hier von uns und der da von ihr. Ja, da hatte ich also doch recht mit meiner Aussage, dass wahrscheinlich beide drauf gehen. Aber Hauptsache Booker bekommt seine Infusion. Yeah, Hauptsache Drogen. Oh, ein Sternchen. Kann ich das immer noch? Ah, okay. Da bin ich wohl jetzt fertig. Gut, dann gehe ich jetzt mal auf Gesundheit. Da hink ich nämlich ein bisschen hinterher. Ja, Booker, das ist das Einzige, woran du denkst. Okay. Dann mach's gut. Mach's gut. Ich gehe ja mal. Das war leicht. Warte, Elizabeth. Eine Sekunde mal. Dein Vorgesetzter befiehlt dir stehen zu bleiben. Ach, so sieht man sich wieder. Komm, scheiß Doc. Hat sich hier sonst irgendwas verändert? Elizabeth. Was hast du vor? Irgendwas fühlt sich im Schild. Willst du uns auch mit der Schere killen? Naja, vielleicht ist sie auch einfach nur auf dem Scheißhaus. Klopfen wir lieber mal. Wieso kommst du mich da raus? Setze Kurs. Nein, ich werde weiter anklopfen. Ich weiß, wie das ist. Ja, das kannst du mir aber glauben. Ich hab noch so viele Leute abgestochen. Da könntest du nicht mal von träumen. Okay, ich geh jetzt. Ich bin gar nicht mehr da. Ich bin so ganz weit weg. Hörst du das? Meine Stimme entfernt sich immer weiter. Immer weiter. Verdammt, hier fällt ich drauf rein. Na gut, dann. Dann schmoll halt. Kuss. Auf New York. Held der Arbeit. Ach, dankeschön. Bukka, pass auf. Sie kommen von hinten mit der Schere. Ich sag's dir. Bukka. Oh. Nein, die Haare. Nein. Nein, nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Töten. Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Ein paar Drinks? Ein Hühnchen, eine Pizza? Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Äh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Scheiße. Lois, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Naja. Das sagst du so leicht, Bukka. Ja, endlich hat sie sich mal was Neues angezogen. Das alte sah ja schon richtig scheiße aus. Kurs ändern. Ja. Es muss mir auch irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben oder so. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Elizabeth. Ein Jahr irgendwo fest. Aua. Emporia. Der Vogel und Elizabeth haben eine Art Verbindung zueinander. Wenn ich ihn töten könnte, würde sie das zulassen? Probier's doch einfach aus, Bukka. Was hast du davon? Okay. Tja, dann ist das wohl so eine ähnliche Bindung wie Big Daddy zu The Sister oder so ähnlich. Da sind die schon wieder. Bukka, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das eh. Nein, das ist das bestimmt. Nein, ist es nicht. Nein, doch. Wenn sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Ach so. Verdammte Scheiße. Ich zeig dir, wer es macht. Oh yeah. Ich bin Herkules. Das ist das nicht. Aufhören. Doch. Pass doch auf. Hört auf. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Na also. Nein. Jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Toll gemacht. Willst du mich verarschen? Seid ihr für mich oder gegen mich? Ja, gerne. Okay. Nimm die Karte von Lutess. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Das wäre auch scheißegal. Gib sie einfach her. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Naja. Wenigstens ist das Pianow noch da. Dieser Blick sagt alles. Tja. Tja, Elisabeth. Da siehst du mal. Ich schiebe das Pianow zur Seite. Achso, ich dachte, ich kann drauf spielen. Nein, Booker möchte es zur Seite schieben. Ah, ich brauch keine Musik. Weg mit der Scheiße. Ah. Äh. So. Booker. Das ist Comstockhaus. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Die Marokkeren. Wir will bis zur Sorge. Wir will bis zur Sorge. Die Marokkeren. Echt? Keine Sorge. Ich habe die Daisy umgelegt. Ich bin auf eurer Seite, Leute. Dort, wo es keine Wachspopuli gibt. Ich schaffe dich. Tut mir leid. Kann ich meine Getting Gun mitnehmen? Truhe. Na, ihre Gesundheit müssen sie auch da lassen. Das ist ja scheiße. Ja, aber sobald ich das ausgeplündert habe, ist das nicht mehr so schwer. Da können sie es schon mitnehmen. So. Okay, bereit zum Einladen. Keine Angst, Leute. Die Gefahr ist vorüber. Die Vox ist Geschichte. Genauso wie diese Sardinen. Malalala. Lecker. Aus dem Mülleimer schmeckt es immer noch am besten. Okay, Elizabeth. Lass uns gehen. Das sieht cool aus. Prosperity Plaza. Okay. Picknickkorb. Lecker. Chips. Sag mal, wie viel frisst der Bucker eigentlich? Mal, schau dir das an. Schießeisen. Was zur Hölle? Wahrscheinlich das Äquivalent zur Shotgun. So wie das aussah. Würde ich mal ganz stark annehmen. Ja, zurück zum Thema. War, wie viel frisst Bucker eigentlich? Ich meine, der frisst alle paar Meter Chips, Zuckerwatte, Äpfel, alles mögliche. Bananen. Kuchen. Nein. Ha, wir können irgendwas draufwerfen, dann stürzen sie ab. Stein. Ja. So würde das passieren, wenn ich das Spiel programmiert hätte. So, Feuerhagel. Was zur Heiligen Mutter Maria Gottes. Ja, okay. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Feuerhagel. Hört sich auch gut an. Das ist rot. Oh, es gehört der Box. Alles, was rot ist, ist Box. Ein Monockel? Hey. Wow, kritisch. Wisst ihr was, ihr Pissnacken? Fress das. Oh yeah. Viel Spaß damit. Na, wo seid ihr? Was? Ich habe es kaputt gemacht. Bam, Headshot. Nö. Au, 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 au. Ach ja? Wie zur Hölle machst du das? Bam, Headshot. Boah. Hey. Was, Hölle? Wo kommst du denn her? Für ein anderes Dingsbums. Dingsbums. Pem, Pum haben. Nämlich. So. Und es wird übrigens nur noch eine Kraft, sehe ich gerade. Das ist, das ist gut. Ich würde die Geltgenermalen benutzen. Na los. Da. Hey. Jetzt komm schon. Bam. That's right. Epic Montagen Clips. Oder auch nicht. Okay, Rückzug. Hab's mir anders überlegt. Scheiß auf Montagen. Wer braucht Montagen? Hab ich je was von Montagen gesagt? Oh Gott, du regst auf. Ihr regt eigentlich alle auf. Wenn ich's mir so recht überlege. Okay. Moskito. Nein. Holy. Holy. Mann, bin ich gut. Wow. Die halten echt lange durch diese Moskitos. Ich bin beeindruckt. Wasserlache. Das geht also auch. Da ist der Arsch. Au. Ach, das blutet in dieser Müff. Gib mir die Gesundheit schnell. Du bist so langsam, Vibe. Ja, hau die Spritze rein. Dankeschön. Wäre das nicht etwas schneller gegangen? Verdammte Scheiße nochmal. Ich mach dich dafür verantwortlich. Jetzt reicht's. Los. Schon dabei. Jetzt reicht's. Ihr wollt euch mit mir anlegen? Wo seid ihr? Da. Meine Fresse geht mir auf die Eier. Huah. So, das halte ich davon. Ich lass dich ausbluten. Kissnäcke. Heilige Scheiße. Man kann es sich auch schwer machen. Man muss es nur wollen. So, überall diese blauen Truhen. Mit Hot Dogs. Hot Dogs. Hot Dogs. Hot Dogs. Habt ihr irgendwo ein Schießeisen für mich? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Was denn? Ich seh da drüben einen Lockpick. Also ich nicht. Wo denn? Da. Achso. Hä? Oh, ich hab's auch gehoben. Okay, auch gut. Latidi, Latida. Ich hab das verloren. Irgendwann. Schießeisen. Schießeisen vielleicht. Repetierer. Repetierer. Was? Geht klar. Irgendwo ein Schießeisen. Nicht. Gut. Gut, gut, gut. Brauch ich auch nicht. So, hier hatte ich noch was zu tun. Nämlich das da. Gib das her. Und die Mühleimer. Nicht zu vergessen. Repetierer. Ja, komm. Gib her. Das ist auch noch Mühleimer. Das gibt's doch nicht. Wir schmeißen einfach Salz weg. Frevler. Das war ich aber nicht. Ausnahmsweise. Die waren schon vorher tot. Okay, das könnte ich gewesen sein. Schießeisen. Panzerfaust. Ah, Revolver. Auch nicht schlecht. Der ist ein bisschen besser als der Repetierer. So, Silver Eagle. Ah ja, ein bisschen Zeit habe ich noch gefunden. Schau ich mal kurz. Aha, nee, wir haben noch Zeit. Das ist gut. Okay. Daily Docking scheduled. Okay, na, ist mir egal. In Ordnung. Hii. Planschen. Das ist nur zum Planschen gut. Bestimmt. Okay. Dann, Leute, mache ich mich mal auf die Socken. Schlossknacken. Natürlich. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Ach ja, war das immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war... Mein Freund. Freund. Ach, jetzt hör aber auf. Du bist ein schönes Geschöpf. Wie? Tell us, Prophet. Do you see us coming? Fizz Roy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Das hier klingt in unseren Händen. Das ist ja so widerlich. Marlow, Sultanstall, Fink. Oh, guck mal, das Fink. Comstock fehlt noch. Die haben das aber schnell hergebracht. Seinen Skalb. Ja, sage ich ja. Die sind beide wahnsinnig. Comstock und Daisy. Aber Daisy ist ja jetzt tot. Interessant. Finde ich auch. Immerhin hast du sie gekillt. Ja, das ist Geld, Liebes. Geld ist immer gut. Okay, das ist wieder der Vigor. Ach ja, ist doch schön. Ich brauche kaum noch... Ich brauche kaum noch Salze für die Scheiße. Ist das nicht schön. Dann können wir uns doch jetzt mal andere Sachen kaufen. Wie zum Beispiel... erhöht die Anzahl an Feinden, die du gleichzeitig ziehen kannst. Oho. Ich hätte gerne den Bronco Boost. Danke. Und dann hätte ich gerne noch den Krähen Boost. Oder? Hätte ich denn gerne... Vielleicht auch lieber die Sog-Hilfe. Ja, komm. So. Na schön. Dogpick und nein. Man muss auch genau zielen. Komm schon. Nimm das als... Nimm es. Ah, okay. Perfekt. Frachthaken. Gleich. Beziehungsweise im nächsten Part. Sorry. We are closed. Ticketing. Okay, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part hier wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.